Liebe Freunde herzlich willkommen zurück zu let's play the division. Jetzt rennt er einfach durch mein Bild. Entschuldigung. Ich stehe hier so cool mit meinem Polizeiuniform. Warte, 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 ich stelle mich auch dazu. Ganz easy. Guck mal, jetzt kommen auch die Soldaten. Warte, warte, machen wir nochmal. So. Okay, wir bleiben mal cool hier stehen. Laufen jetzt einfach durch unser Bild. Pass auf. Guck mal, hast du gesehen wie die salutiert haben? Lass mal zurück salutieren. Die können auch salutieren, guck mal. Oh ne, warte, falsch. Wie machen wir das? Sechs. Sechs. Jo, Freunde. Was geht? Okay, wir sind aber cooler als ihr. Danke, dass ihr uns nie helft. Ja, heute gibt es eine ganz, ganz besondere Mission, mit der wir beginnen. Und zwar geht es um Times Square. Der Tobi ist gerade nicht dabei, weil wir ein bisschen vorproduzieren müssen und der Tobi leider nicht die Zeit hat. Aber jetzt geht es Richtung Times Square und wir gucken mal, weil wir müssen nämlich rollt haben. Die schlachten uns ab. Die schlachten uns ab, ja, hast du gut erkannt. Wir müssen die Stromrelais, ja, da müssen wir hin. Und dann dürften wir, warte mal, ich glaube, es gibt hier in dem Gebiet noch eine Mission. Warte mal, eine Mission, glaube ich, die noch, was war das, wo ist die? Ich such die gerade mal, warte mal. Ah, genau. Es gibt noch eine Mission, die dann noch ein bisschen stärker ist als die Times Square Mission. Dann haben wir in dem Bezirk alle Missionen absolviert. Okay. Dann haben wir dann die Level 14 Missionen. Wir sind jetzt bald fast Level 12 und diese Times Square Geschichte ist ja für Level 12. Der Curry ist schon Level 12, also können wir da reinmarschieren, da gehen wir schon hin zu zweit. Und ich habe auch in den Kommentaren, die so viele haben gesagt, geht mal mehr in Deckung und so, weil es ein Deckungs-Shooter ist, ich weiß. Und ja, merke ich mir auf jeden Fall. So, geht Curry. Ja, aber ohne Schnee, also ohne, ach so meint, ohne Nebel und sowas. Vielleicht ist ja da ein bisschen anders, was hat denn hier? Klar. Ich frage es einfach. Ist das Wetter drastisch anders. Ja, kann ja sein, so. So, hallo. Ich glaube, die letzte Folge, ey, unbedingt in der Playlist angucken, die waren so krass, den Cleanern. Boah, wie viele sind denn hier? Bam. Boah, die Waffe ist mega. Zack. Boah, wie wir hier durch, Alter, wie wir hier durchpressen. Wir haben alle, oder? Ja, ja, ich glaube, es sieht gut aus. Oh, Multikill. Haben wir gut hingekriegt. Hör mal, man, ist schon Times Square, Mann. Agenten Dennis und Curry. Ja, genau, ey. Ja, aber es gab jetzt einen 700 MB-Patch, ich habe keine, oder also wenn ihr die Folge sehen, ich weiß es nicht, aber, äh, Oh, Curry. Leiden. Und, äh, der war schon ziemlich, ich wusste, weil da oben kann man irgendwas machen, aber wir gehen jetzt einfach mal, ups, wir gehen jetzt einfach mal zum Times Square. Die ganzen D-Missionen, können wir ja alle nochmal machen, aber ich weiß, ihr wollt ja auch den Times Square sehen. Alter, jetzt zieht sich das aber zu hier, ne? Echo? Ja. Wollen wir das Echo mitnehmen, oder nicht? Wo ist das? Hier hinter uns direkt. Ich weiß nicht, ob wir das schon kennen. Das kann sein. Aktives Echo-Signal geortet. Ich weiß aber nicht, ich glaube nicht. Ne. Wir müssen ja alle sammeln. Ja. Wir sind die Sammler von New York. Oh, da kamen wieder die Cleaner. Es gibt tatsächlich auch sogar Easter Eggs zu, ähm, Breaking Bad. Ja. Holen Sie uns hier raus, bitte, wir tun alles dafür. Sehr, sehr cool, Benzintank. Aber ich bin die Sau zu krass. Das sieht so geil aus. Ich hoffe, das wird irgendwann wirklich mal passieren, weißt du, wie man dann Morde aufklären könnte und sowas. Ja. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, wie das möglich sein soll, also... Keine Ahnung. Hä? So, da vorne ist es. Aber was ist das denn hier? In dem Gebiet waren wir ja noch gar nicht. Ne. Alles Premiere. Guck mal, da hinten. Was leuchtet denn da so? Wo? Bündchen. Ach, hier kann man wieder runter... Ach so, das ist so ein Scheinwerfer, ne? Kommt der jetzt eigentlich wieder? Warte mal, ach, der leuchtet einfach... Hä? So, hier ist noch einer. Der dürfte jetzt ja nicht mehr leuchten. Oh. Oh, Physik, ey. Oh, nice. Hä? Vorne ist unsere nächste Mission. Oh. Alter, es geht denn da vorne ab? Okay. Ja, wir sind doch schon da. Die Eliteeinheit kommt. Boah, alter, ein Schuss mit der Sniper auf diese Gasflasche und die ist schon Schrott. Aber sind die auch clean, oder was? Ja, ja. Wobei ich das immer noch nicht verstehe, weißt du? Was hat das für den Sinn, dass wir den Chef davon getötet haben, wenn die immer noch hier rumrennen? Ja, gut, es gibt da bestimmt noch weitere Anhänger. Ja, ja, klar. Das ist durch die Lebe gar nichts. Ja, ich sollte eigentlich markieren, aber geht gerade nicht. Wir sind Level 9. Ja, gut, das ist ja nicht so schwer. Da vorne, okay. Dann habe ich. Ja, ich komme auch mal ein bisschen nach vorne. Boah, alter. Sag. Alter. Alter Schwede. Sehr gut. Dann hat er, glaube ich, noch da, oder? Voll nicht auf dem Tacho. Hinter uns irgendwo noch. Warte, 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 warte. Ich glaube noch mehr. Okay, in Deckung. Auch hinter uns, jo. Nice. Sehr gut. Spatz. Ja, der klettert da oben auf dem Wagen. Und mal, das down. Mach's gut. Easy. Ich müsste ihn verteidigen. Das haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Ja, die doppelten Erfahrungspunkte sind natürlich weg, weil der Launch von The Division jetzt schon ein paar Tage zurückliegt. Ne? Und ihr kriegt ja jeden Tag eine Folge hier auf dem Channel und beim Curry auch. Deswegen, aber ich glaube, Leute, die Story wird noch richtig cool, beziehungsweise die Folgen wird noch richtig spannend, der ganze Kram. Oh, hier ist wieder was. Eine Agentenspur entdeckt. Wo geht's hin? Hier lang, hier lang. Ach, hier rein. Wir müssen hier rein. Der Polizist Dennis ist dabei. Mach mal ne Uniform. Gina Esteban. Hast du die Spur noch? Ja, ja, ich hab sie. Ich bin auch bei dir auf dem Stock. Achso, du bist schon hochgelaufen, ja. Du bist bei mir auf dem Stock. Davon wüsste ich was. Sag mal. Ja. Auf der Etage. Ich bin aber einer unter dir. Sind alles Kisten, Curry. Ja, hier sind auch noch Rucksäcke hier unten. Ja, okay. Alles voll mit Bierflaschen. Nice. Da ist noch ein Echo. Warte mal. Lass dir mal. Geht ein Mann an der Küche. Michael Schränke. Joffrein. Beeinbarter ein Treffen mit einem potenziellen Käufer. Okay. Teil 1. Ich hab ja alles geklärt in der Bude. ID. Name registriert. Oh. Magische Ratten. Machst du da, Alter. Warte. 39. West. Okay. Wir haben erfahren hier, hier geht's um, also man hat echt mit Batterien und so weiter gehandelt. Voll krass. Ja gut, ist ja klar, ne. Da kommen wir hier, kann man hier nicht schon mal gucken. Und der in der Laufschule, ja. Haben wir hier drin? Einfache, isolierte Stiefel, okay. Jetzt hier wieder runter, ja. Hast du die Schwur beendet? Ja, ne. Ja, ja, das kannst du einsammeln, wenn du möchtest. Wo war das? Eine Etage runter und dann hier rechts und dann können wir in die Wohnung rein. Da kannst du das einfach aufheben. Hier müsste das sein. Oh, sorry, ich hab gerade einfach geschossen. Warte mal, hier sind noch Schränke, Curie, ne? Ja, ja, die hab ich aber schon geöffnet, aber du kannst ja natürlich nochmal öffnen. Ich kann ja nicht öffnen. Da steht öffnen, aber ich kann ja nicht öffnen. Na ja, wo war das? Ach, hier. Super. Kann ich was liegen hier? Ah, ach so. Ah, deswegen konnte ich es nicht öffnen. Okay, dann gehen wir mal. Ja, 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 ja. Wobei, hier sollen noch zwei Truhen sein, ne? Guck mal, da sind noch so zwei Symbole auf dem Radar. Ich glaub, die sind, ähm, hier rechts. Oh, was haben wir denn hier? In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Noch eins. Hä? Die ganze Oben, ne? Ist das, was ich schon hatte? Nicht öffnen, warum? Oh, doch jetzt. Jetzt ja, ich stand im Weg, I'm sorry. Ein Überfallpaket. Nice. Was ist das? Irgendeine Art Drufsagen. Kannst du hier mal hinstellen? Ich will keinen Street Shop an, sieht gerade so geil aus. So, Alter! Oh Gott, ich hab's wieder voll vergessen. Der Polizier ist unter einem Feuerlöscher. Alter, hör auf! Ich bin tot. Nee. Nein. Achso. Alter, guck mal hier. Hä? Ich sehe nix mehr. Oh, du Bastard. Ich sehe nix mehr. Alter, wie man einfach voll vergiftet wird von dem Teil. Alter, jetzt hör auf. Hier komm ich immer hier raus aus der Hütte. Das ist unsere Droge. Oh. Das ist unsere Droge. Ah, hier ist noch ein Rucksack, ne? Ja, den hab ich schon. Oh, guck mal hier. Hier weiter geht's. Woo! Ja, also der Detailgrad in diesem Spiel, ey. Also immer wenn ich so Division spiele, ich bin echt fasziniert. Scheiße. Okay, wo hast du den Laser denn her? Ich will auch einen haben. Ich weiß nicht, den hab ich immer gefunden, ey. Oh, jetzt sind wir den Times Square tagsüber geguckt. Nice. Komm, go, 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 go. Ist doch hier vorne. Yes, Mann. Ladies and Gentlemen, wir sind jetzt am Times Square. Geil. Eindrückende Musik. Ach, guck mal, jetzt können wir auch in die U-Bahn mal reingehen. Times Square. Safe House gesperrt. Wo ist das Safe House? Dann gehen wir das noch freischalten. Ich würde sagen, das schalten wir erst frei, oder? Ja. Wo ist denn das? Die Carvan haben wir schon. Der Darkstone-Eingang. Müssen wir eben... Die Werbetafeln, sie gehen aus. Müssen wir irgendwie finden. Was denn ist gerade? Ach, hier, ich hab's. Okay. Hey, wie hast du das gesehen? Ich hab das gar nicht gesehen auf der Karte. Da verdeckt. Warum bedrohen sie mich? Drohen sie sich doch gar nicht. Bleib mal locker. Das ist ja auch so. Aber wir sind noch nicht richtig am Times Square. Der müsste jetzt... Nee, nee, da vorne. Ja, genau. Ach, ich würde auch mal gerne nach New York City. Nice, ey. Oh, guck mal hier am Plündern. Es spielt hier keine Rolle mehr, wohin wir gehen. James, du klingst schon gut. Finger vom Abzug, ich will nur hier durch. Na, keine Sorge, wir wollen auch nur weiter. Guck mal hier, Curry. Was denn? Ja, die Darkstone da hinten, ne? Ja, da werden wir auch noch reingehen, Freunde. Wartet mal ab. Wie bedrohlich das so aussieht, ne? Einfach so eine schwarze, fette Wand. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um den Times Square selber. Police Station. Ach, hier ist es doch. Warte mal. Oh, hab ich direkt Bock auf GTA 4. Hier. Hier sind eigentlich die ganzen, ähm... Was denn? Hier laufen eigentlich die ganzen Werbedinger drauf. Ach so, ja, ja, genau. Guck mal, hier kannst du sogar in die Police Station reingehen. Oh, da bin ich ja heimisch. Weil, ist da loot? Ja. Und das ist ja echt loot. Alles voll. Ich hab schon voll. Ja, ich auch. Sonst hier irgendwas machen? Nö, sonst ist alles leer. Warte mal, ich bleib jetzt für immer hier. Ich arbeite hier. Ich stelle sich aber ins Fenster. Bei der Polizist. Was ist deine eigene Basis auf? Ja, wo laufe ich hin? Ah, hier. Das hab ich nicht gehabt. Cool. Oh, die Atmosphäre, mega. So, äh, wir gehen jetzt noch zum Safe House und dann beginnen wir die Mission. Also die Folge geht ein bisschen länger. Jawohl. Warte mal, wo ist denn das hier? Ich war da gerade aus, okay. Wollt ihr direkt am Rande der Dark Zone? Ja. Haben wir jetzt irgendwo eine Munitionsgeschichte? Wir können auch noch in die U-Bahn gehen, alles. Also wir sind ja jetzt gerade erstmal hier angekommen. Es gibt noch sehr viel zu erforschen, liebe Freunde. Ach, guck mal, hier ist sogar diese Treppe. Ja. Ja, klar. Wo die Leute immer sitzen. Und hier sind ganz viele Straßenkünstler eigentlich immer. Wenn der Times Square natürlich nicht so verlassen ist. Aber da ist ein Store, wo wir noch reingehen können. Dann können wir gleich mal hingehen. Ich möchte mal kurz hier oben draufstellen und wir das mal angucken. Yeah. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in New York war. Kann er mal in die Kommentare schreiben. Und was ihr sagt, der Detailgrad, wie ihr den findet. Ich finde den mega. Aber ich war noch nie in New York. Also ich kann es nicht vergleichen. Ich hoffe immer, dass es ja immer mal der Fall sein wird. Oh, hier ist noch eine Tasche, alles klar. Ich gehe mal in den anderen Laden. Ja. Ein bisschen durchpauken. Oh ja, hier ist auch eine Kiste. Und? Ist das eine Tür, die wir öffnen? Nee. Zwei Kisten. Okay, prima. Upsa. Zack. Wieder Sätze für das Crafting später. Du musst auch mal an die Werkbank irgendwann mal gehen. Da kann man so viel bauen, ey. Ja, ich weiß. Okay. Wo ist das Safe House? Ach, hier vorne. Ich gehe gerade aus. Ein Stückchen weiter. Hallo, Freunde. Okay, Freunde, da ist es. Da treffen wir jetzt mal wieder andere Spieler nach längerer Zeit. Was ist denn hier? Ist das eine U-Bahn oder was? Nee. Nee. Betreten eines sicheren Bereichs. Rein da. Super. Ich fülle mal ganz schnell Munition noch auf. Ach, das ist so eine Bar hier. Wie geil. Alter, guck dir mal den Kamin an. Wo? Boah. Wollen wir uns hier hinlegen? Wieso gibt es hier keine Ego-Perspektive? Ach, Mann. Man muss sich doch irgendwo hier... Ach, da ist er. Ich weiß, dass meine Paare Ihnen zusagt. Es ist toll, Sie zu treffen, aber ist es das? Ich meine, hier geht es ums Überleben. Und da ist es völlig irrelevant. Ich will nur sagen, dass es wirklich nützlich ist, Sie getroffen zu haben. Weil etwas getan werden muss. Die Sache ist die, dass wir es ohne sie nicht schaffen. Das ist eine Tatsache. Und ganz sicher keine Höflichkeitsfloskel oder so. Ach so. Mein ganzer Rucksack ist voll. Krass. Womit kann ich Sie glücklich machen? Ich kann auch mal ein paar Sachen verkaufen, glaube ich. Sind Sie auf irgendwas gestoßen? Ich kann auch mal gerne ganz, ganz kurz... Ach, hier gibt es keinen Belohnungshender. Schade. Okay, Koi. Das mal verkaufen und so später. Das ist einmal zum Teil. Okay, okay, okay. Jo. Können wir alles aufsuchen? Ja, weil da habe ich Munition aufgefüllt. Genau, was soll ich noch tun, mein Guter. Habe ich. Okay, ich markiere uns die Mission, dann geht es los. Ja, bitte. Oh, hier ist ein Straßensperrer. Oh, da geht es für Dark Zone 29 bis 30. Also gehen wir jetzt natürlich noch nicht hin. Es gibt ja noch die Phoenix-Währung und alles. Also das ist alles noch, was wir später sehen werden. Aber wir fokussieren uns jetzt erstmal selber... Alles zu seiner Zeit. Genau. Weil die Werbetafeln und so haben ja kein Strom, wie wir gesehen haben. Und dann ist es Zappen-Doos da an einem der bekanntesten Wahrzeichen der Welt. Und da wollen wir natürlich jetzt erstmal was für tun. Ja, damit die New Yorker sich ein bisschen wieder heimisch fühlen. und stromen in diesem Bezirk durch die Adern des Straßennetzes fließt. So, warte mal da vorne. Das ist das. Okay. Kein Problem. Immer gerne. Du bist ein richtig herzlichen Wunder Mensch. Ja, wir sind ja entgegenkommende Agenten, ne? Ja. Das ist alles so GTA 4-Style hier, ey. Ja. Ja. Hey, wo müssen wir das denn hier machen? Schau mal gerade aus. Nehme mal der Nase nach. Wo? Ja, weil wir ja aus der Richtung eigentlich kommen. Ja, ja. Wir sind gerade dran vorbeigelaufen, weil ich erst das Safehouse mitnehmen wollte, falls wir sterben. Gut, das ist natürlich... Das ist natürlich eine mega gute Taktik. Ja, ne? Die Idee, die Idee, ja. Keine bösen Menschen hier. Das hat's vollgebracht, jetzt das Scannen. Ach, hier rein, oder was? Ja. Okay. Was ist das denn? Was ist das für ein Laden? Egal, wir gehen einfach mal... Ach, das ist die U-Bahn. Nice. Okay. Boah, wie geil. Oh, warte mal. Neue Gegners. Das ist ja die, äh, andere Gang nach wie Klinas. Jetzt wird's mal wieder interessant, ey. Nice. Wir lernen eine neue Gruppierung kennen. Wir haben ja bis jetzt nur dieses eine Video gesehen damals. Ja. Mit dem Polizeiwagen. Ey, die Ryker sind ja, waren ja mal, waren ja mal, ähm, eingesperrte, ne? Also Gefängene. Ja. Also die sind auch Krawall gebürstet, auf jeden Fall. Pass auf, da kommt einer mit Schrot. Boah, Alter. Komm her, komm her. Den hab ich gar nicht... Oh, alter, fuck. Den hab ich gar nicht gecheckt, ey. Der war mal, die sind natürlich, warte. Ja, ich geh in Deckung, komm mal zu mir. Ja, ja. Hab den gar nicht gesehen. Oh. Da rede ich, dass wir die Deckung besser machen wollen. Sag ich bin wieder da. Nein, ey, was macht ihr denn? Wie auch hier in Deckung. Ich hab dich, hab dich. So. Wir müssen ja echt hier mit Deckung arbeiten, auf jeden Fall. Die können wir auf jeden Fall nicht einfach so wegsprayen. Geduld, Curry, Geduld. Alter. Da kommt noch einer. Zack. Du musst auf einen echt ein ganzes Magazin verpäuern. Der hat sich hier nur die Kisten. Okay, füll mal hier auf. Warte, warte, einer ist noch. Da ist noch einer, ja, ja. Lass uns mit dem Feuer auf den auf, äh, abwechseln immer. Kann der eine immer nachladen, wenn der andere weiterballert, weißt du? Nice, 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 haben wir, haben wir. Jo, ich füll auf. Ja. Alter Schwede. Ey, ich guck mich aber erst noch hier um. Wie geil, Mann. Wir sind in der New Yorker U-Bahn gerade. Zack. Alles mitnehmen, ne? Ja. Kann man erst mal da hinten gucken. Weil können hier, alter, wie groß ist das denn hier? Oh, hier ist sogar was, guck mal, hier. Riesig. Alles voll. Ich hab voll. Müssen wir mal einen größeren Rucksack besorgen. Okay, hier noch. Wollt ihr einen Drink holen? Guck mal, wie weit man hier, wie weit man hier auslaufen kann. Was gar nicht zu dem Missionsbereich gehört. Ich geh sogar mal runter. Ja. Aber hier ist, glaub ich, nix. Dann komm, wir gehen mal hier runter nochmal. Ja. Wo denn? Oh, jetzt ist es abgesperrt. Ist es abgesperrt. Achso, ich sag, da kann man runter. Jetzt geht es leider nicht weiter. Okay, schade. Egal. Okay. Die Rikers. Wir müssen jetzt der Spur nach, den Strom aktivieren. Achso, müssen wir hier lang, Curry. Guck mal. Achso, hier lang. Hat er gerade falsch aktualisiert. Times Square, New York. Wir sind in der... Ey, wir sollen den Strom ausschalten? Ja, erst mal ausschalten. Achso. Okay. Okay. Hier rein. Oh, 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 oh. Okay, wahrscheinlich werden wir dann... Oh, echt? Guck mal, die haben sogar die Agentenuhren. Diese Wichser. Aktivieren wir das Ding. Hier. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall Besuch kriegen jetzt. Ja. Okay. Tut mir leid, Rhodes. Ich muss den Einsatz umleiten. Als wir noch ein Bild hatten, konnte ich die Leichen in dem Raum als Division-Agenten identifizieren. Alles andere muss warten, bis wir herausgefunden haben, was passiert ist. Überspannes Buller. Wir müssen weiter. Da ist eine kleine Polizeidienststelle in der Nähe. Boah, wie das aussieht, Alter. Ich sende Ihnen den Standort. Dort finden Sie die Aufzeichnung der U-Bahn-Kameras. Oh, warte mal, hier ist noch eine Kiste. Immerhin eine Granate. Von Renate. Ja, auf jeden Fall. So. Wir müssen wieder raus. Seien Sie vorsichtig. Die Schüsse werden die Rikers alarmiert haben. Sie laufen also quasi mit einer Zielscheibe auf dem Rücken herum. Und so ein wertvolles Ziel wie Sie werden die sich nicht entgehen lassen. Die Rikers... Oh, 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 wir stehen hier vor der Polizeistation. Natürlich. Okay, warte, warte, ich gehe in Position. Drei Stück. Zwei kommen auf deiner Seite, glaube ich. Nee, warte, 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 bis Sie... Okay, ich versuche mal hinter den Truck zu kommen. Okay, der steht eine alleine, ja? Ja, ich habe Granaten. Nee, kann ich einfach reinballern, wenn du willst. Und jetzt feuern. Eine haben wir. Die Deckung, weiter, weiter, weiter. Einen anderen haben wir auch. Der andere läuft noch hier rum. Okay. Nice, nice, nice. Aber es kommt noch mehr? Es kommt noch mehr, ja. Von wo? Von links. Von meiner Seite aus. Okay. Okay, ich sehe es. Oh, von geradeaus kommen wir auch wieder welche. Okay, ich muss mal ein bisschen zurückziehen. Ganz vorsichtig, ey. Die machen gut Schaden. Ja, ich gehe weiter zurück. Sag, ich scanne nochmal. Boah. Wo alle markieren. Ich gucke mich um rechts. Der einen haben wir? Zack. Ah, ja, ja, die haben Sniper. Wo? Ach, da oben auf dem Dings, ne? Okay, weil da einer kommt zu dir langsam vor. Naja, ich sehe es. Komm her, Alter. Da passen wir an dem Sniper. Bam. Oh, der lädt noch. Aber ich lade gerade nach. Ich kümmere mich oben. Ist der Sniper noch da? Okay, alles klar. Ja. Oh, Alter. Der zieht ja richtig. Der hat mir gerade richtig gut viel abgezogen. Komm, zeig dich. Und ich bleibe einfach mal ein bisschen. Oh, Alter. Der zielt noch. Ich treffe den nicht. Okay, ich habe den, jetzt haben wir nur noch den Sniper. Ja. Weisere Feinde. Noch mehr Feinde. Scheiße. Wir müssen den holen. Wir müssen den ganz schnell holen. Okay, ich habe ihn ein bisschen abgezogen. Jawohl, Sniper ist down. Okay. Sehr gut. Yes, Mann. Ah, fuck. Von vorne wieder. Ja, auch mit Panzerung. Okay, lass auf den drauf. Lass auf den drauf. Die Panzerung ist weg. Und nachladen. Zack. Okay, hier sind auf dich. Sehr gut, sehr gut. Warte. Boah, ist das ein Kampf. Haben wir gleich, wir packen das. Zack. Ja, woll. Haben wir es? Haben wir es? Jawohl. Haben wir es? Haben wir es? An der hinten ein Sniper. Wieder ein Sniper. Wieder ein Sniper. Gegenüber vom LKW. Oh, genau. Hier. Ach ja, okay, alles klar. Boah, das zieht mega viel ab. Okay, warte, warte. Du nimm vielleicht unter Schuss, dann bin ich ein bisschen. Ja, ich wechsle Position. Oh, alter. Sehr gut. Alter, der hat mir... Alter. Jetzt kriege ich heile gerade. Aber der hat einen Umhang oder so. Wo geht der jetzt hin? Ich habe den mega angehltet. Okay, warte. Bam, alter. Mega. Sehr gut. Okay, warte mal. Ich will mal kurz was gucken, wie der aussieht. So, das sah so aus, als ob der einen Umhang hätte. So, ich glaube mal alles nach. Ich glaube, das war es, oder? Ja. Sauber. Liebe Freunde, das war der erste Teil dieser Mission hier auf dem Channel. Ihr seht die nächste Episode, dann morgen. Dann geht's weiter hier am Thames Square in New York City. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Ich bin gerade fertig, Alter. Ist das anstrengend. Okay, wir machen das eben noch ganz kurz hier. Okay. Ich benutze mal die Tastatur. Okay, und das seht ihr in der nächsten Episode von Let's Play. The Mission. Ist ja nicht so, als wäre meine Arbeit auch irgendwie wichtig, hm? Wir brauchen einen funktionierenden Sicherungskasten, um wieder alles zum Laufen zu bringen. Warren Gate, der Stromversorger, hat einen Wagen für Reparaturen geschickt, aber die wurden nicht eingetragen. Das heißt, sie wurden auch nicht durchgeführt. Und das heißt, die Ersatzteile, also auch der Sicherungskasten, sind noch in dem Wagen. Ich kenne den ungefähren Standort, also wenn sie endlich Zeit hätten. Das heißt, sie wurden auch nicht durchgeführt. oder nicht durchgeführt.